Und da sind wir auch wieder so nix in Folge. Let's play Star Wars Battlefront 2 und es geht auch schon weiter. Ja, ich rede zwar gerade hier in den Dialog rein, aber es wird noch keine andere Wahl. Und wo ist das scheiß Schiff jetzt hin? Die Corvette, die zerstören muss. Ah, da ist sie ja. Wow. Vorherzschneider. Aufloch. Los, hier noch das Schiff kaputt. Was macht der? Tober Ertrieb. Geile Waffe. Geiler Scheiß. Die Rebellen haben die Dauntless deaktiviert. Commander, ein paar Rebellentransporter sind unterwegs zur Dauntless. Die Dauntless. Aber sie wollten ein Schiff vernichten und überwurte mich erreichen. Haben sie verstanden? Ja, klar. Jäger, Angriff auf Ihre Bellentransporter. Hindern Sie daran an Bord, er dort lassen zu kommen. Ich schalte sie dann aus. Na dann, ab geht's. Wo sind sie denn? Da. Reise feindlichen Transporter an. Er versucht auszuweichen. Er spüren Sie ihn, wo er an Bord kommt. Wuhuhu. Einer weniger. Das war nah. Schöner. Noch immer zweit die Station ab. Halten Sie sie auf, bevor sie auf mein Schiff kommt. Man hat so einen Schiff, Junge. Das war alle. Ich hatte so einen Schiff, um so ein Schiff, ey. Wir müssen diese Ionen-Panonen ausweichen. Ja, Commander. Aber dann dezimieren wir die Rebellen. Bei allem Respekt, First. Sobald Ihre Systeme online sind, sollten Sie mit den Satelliten abziehen. Heikling! Und nicht in Wagen. Agent Hask. Feindliche Jäger nähert sich. Entschuldigung wieder. Das wird erledigt. Wo sind sie denn? Uuuuh. Das war knapp. Au, au. Au, mein Schiff. Wo sind denn die Jäger? Hallo? Meine Güte. Ich muss mich jetzt so konzentrieren. Ich muss mich jetzt so konzentrieren. Ich kann kaum reden. Gerade. Wuhu. Direkt vertreffen. Wow. Erledigt. Wuhu. Ich weiß. Ich kümmere mich doch drum. Meine Güte. Wo sind sie denn? Vorne irgendwo, ne? Ich werde diesen Jäger nicht los. Einen Moment. Ich komme. Au. Ich sage mal ein Tubuch dann. Sie schlucken den Köder. Ich habe sie im Visier. Wuhu. Ah. Scheiß. Holy Shit. Fuck. 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 Ach man. Mir habe ich nicht reingeflogen. Ach so eine verküssene Scheiße. Oh. Ah. Mann. Ob ich reingeflogen. Warum? Mann. Weg Scheiße. Ja ja. Ich komme schon mal. Halt die Fresse. Junge. Ich locke ihn in die Station. Uh. Ich weiß. Halt die Fresse. Das wird eben eine Leere sein. So. Was jetzt? Wie war fliege ich nicht? Nicht nochmal. Fliege ich irgendwo da unten. Oh. 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 Ich werde diesen Jäger nicht los. Warte doch mal. Ich komme ja schon. Seid ihr Idioten. Ich bin getroffen. Acht da. Juhu. Alles klar, Agent Arc. Danke für die Hilfe, Commander. Zeit die Ionkanonen aufzuschalten. Alles klar, Commander. Der Hangar ist frei. Au. Er hat das feindliche Schiff. Er hat, auf mein Kommando stoßen sie tun wir. Bis dahin setzen sie die dorfnüssen. Ja, komm auf das. Meinen Problem wenigstens. Scheiße. Und Feuer! Alle zerstören, ja alles vernichten! Landen und zerstören! Na, habt ihr Angst? Wow! Wo? 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 Verdammte Scheiße! Wo sind die denn? Oh! Da! So, jetzt habe ich glaube ich... Lässt mich nicht zerstören, aber brennt! Leb wohl, du Arsch! Was ist? Was haben wir hier feines? Oh! Eine geile, geile MG! Gehen! Ach so, ist nur Doida! Aufgeben! Ich werde aufgeben! Oh! Oh! Lookup! Ich habe alle Angst! Ich habe alle Angst! Ich habe alle Angst! Schaffe, wir sehen! Haha, deine Arsch, du! Uh, der war knapp! Das wäre fast schiefgegangen. Kann ich jetzt durch? Was tun wir hier hinein? Nahkämpfer. Schild. Da hab ich doch drinnen, ne? Ja hier, Störung. Da mach ich mal ein Schild rein. Schild wäre besser, wenn ich ihn hab. Kommt euch, rein! Puh! Puh! Auch Hilfe! Wauw! Scheiße, brenganada! Ah, ich schreibe das mit offens Mal. Na, noch mehr? Die Seite scheint befreit zu sein, was ich da drüben bin. Sieht ruhig aus, momentan noch ruhig, aber wer weiß wie lange, ich muss ja hoch. Wunderbar! Ah, Husk, so wieder mal da, kurz mal Zeit. Ich brauche Deckung. Sobald die Kühlzelle freiliebt, ich zerstöre sie. Das schaltet die Kanonen ab. Verstanden. Da, Herr Fein! Wut? Wow, wow! Alle von einer Seite! Erledigt! Wo ist er denn? Da! Ach! Das tut weh. Headshot, hä? Ihr Penner! Aus Maul! Du Ide, mach schneller! Hier wird es am Ende! Fertig! 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 Jetzt! Nummer eins! Alles okay! Aufgetauscht! Die zweite Zelle gehören Ihnen, Komma! Ein kleiner Strubeschock! Alles gut! Bitte! Ich sag's auch bitte! Wow, ist die hilflich! Äh, nur wo bleiben sie denn? Da! Headshot! Ah! Oh, du Scheiße! Fuck! Oh. Oh! Love这 Patron. Das sind die mitvers. Fehler ist es ! Oh! Scheiße, 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 Scheiße. Uh. Weck dir. Ha. Nummer 2. Ich habe eine Idee für die letzte. Das wird lustig. Das wird jetzt sehr lustig. Ja. Und Spaß ist auch dabei. Das ist fun. Volltreffer. Oh ja. Gehört das auch zum Plan? Die armen Rippen sind schon gebrochen jetzt. Alter Schwede. Steht einfach auf, als nichts gewesen wäre. Alles klar. Alles klar. In der nächsten Folge. Ich mache jetzt Schluss an dieser Folge. Und bis gleich zur nächsten Folge. Let's Play Star Wars Battlefront 2. Mit eurem Darth Steffen. Bis gleich.